Ach, hallo, ich bin's, die Ude. Ach, ich würde mich ja freuen, wenn Sie mich mal einladen bei sich. Ja, ich würde gerne kommen. Ich bringe ein paar Lieder mit und ein paar Schmerzchen und dann machen wir es uns richtig gemütlich. Ja, und dann erzähle ich Ihnen von meiner Freundin, der Schiesela, das ist ein verrücktes Huhn, von meinen Schungen und von Vater erzähle ich Ihnen auch ein bisschen was. Und wenn Sie wissen wollen, was in dieser Tasche drin ist, dann rufen Sie mich an. Ich komme vorbei. Also, bis dann, Tschüssi! Put, 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 put. Was sind Sie denn? Keiner da. Ach, nein.